Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei DAX-Aktien von der 10x Watchlist. Vor es los geht noch ein Hinweis auf den Black Friday Sale von TradingView. Die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze, in dieser Woche bis Freitag, den 24. Oktober, könnt ihr euch bis zu 70% sparen auf die Jahresabos plus einen Gratis-Monat. Link zum Angebot in der Videobeschreibung. Kommen wir zu Bayer. Aktuelle Marktkapitalisierung 32,3 Milliarden Euro. Ein Kursumsatzverhältnis von 0,7. Derzeit unprofitabel bei einer Dividende von ca. 5%. Bayer schauen wir uns am Anfang der Analyse hier kurz im Wochenchart an. Ich hatte die Aktie aber auch am Montag schon im Video und da haben wir vor allen Dingen den Wochenchart im Detail analysiert. Schaut ihr auch sehr gerne nochmal das Video an vom Montag. Da haben wir insbesondere darüber gesprochen, dass mir hier die 32,50 Euro extrem wichtig sind als Support bei Bayer. Eine Stufe drunter, potenziell die 30 Euro. Keine Frage, da gab es hier nochmal einen Tief im Jahr 2006. Aber wir sehen es eindeutig. Der große Kernsupport hier, das ist der Bereich von 32,50 Euro. Und wir werden es uns auch gleich anschauen. Der Markt erkennt hier dieses Level definitiv und versucht sich auch mit aller Kraft daran festzuhalten. Wir brauchen die Aktie dann über 35 Euro. Das schauen wir uns gleich im Tagesschart an. Aber habt hier wirklich auf dem Schirm, dass das grundsätzlich nicht uninteressant ist. Wir sehen hier die Levels wieder von der großen Finanzkrise aktuell mit 32,50 Euro. Aber wir sehen auch, dass hier gerade von der Struktur das Ganze wie gesagt definitiv noch gefährlich ist. Wir haben hier in diesem Abwärtstrend seit 2015 nichts als fallende Hochs generiert. Das heißt der Markt lädt die Aktie weiter ab. Und wenn dann so ein historischer, der Support bricht, dann müssen wir uns nochmal auf weitere Targets zur Downside einstellen. Und vom gesamten Chartverlauf des 88er Fibonacci wäre hier im Bereich von 24,50 Euro. Und drunter hätten wir dann sogar noch ein extremes Level von etwa 15 Euro. Also seid euch hier wirklich im Klaren. Grundsätzlich kann man jetzt hier an der Aktie großes Interesse haben. Sie ist auch im Wochenchart stark überverkauft. Sie hat einen RSI im Wochenchart von 20. ist die am stärksten überverkaufte Aktie aktuell im Wochenchart im gesamten DAX. Also man kann hier definitiv Interesse zeigen an der Aktie. Seid euch aber bewusst, dass wir unter 32,50 Euro nochmal Downside haben. Der erste Support kommt nach 7,5 Prozent. Das Allzeit 88er Fibonacci kommt nach 24 Prozent. Und die Eskalation zur Downside, das wären dann sogar nochmal 50 Prozent Downside für Bayer. Und wie gesagt auch aktuell unprofitabel. Thema Dividende, Dividendenkürzung. Wenn sowas jetzt auch noch kommen würde, das könnte man sich dann möglicherweise wirklich nochmal als Trigger vorstellen, dass die Aktie hier unter dieses Tiefbricht von 2008. Meines Erachtens, wenn man hier eine größere Position kaufen möchte, definitiv nicht ohne Stop. Was man hier natürlich machen könnte, wäre jetzt auf diesen Levels. Wer langfristig an Bayer glaubt, dass die den Turnaround hinkriegen und dann auch durchaus wieder stark steigen können, könnte man natürlich hier in diesem Bereich mal langsam aber sicher anfangen, einen Sparplan laufen zu lassen. Und jetzt sind wir im Tageschart bei Bayer, aber nicht im aktuellen Bild. Da springen wir in einer Sekunde hin, sondern wir gehen jetzt mal in die Vergangenheit und schauen uns den Bereich an von 2008 bis dann das endgültige Tief gefunden wurde, 2009. Wir haben 2008 am 28. Oktober ein Tief gesehen von exakt 32,50 Euro. Danach ging die Aktie viele Monate seitwärts, um dann im März 2009 hier nochmal einen kleinen Undercut zu zeigen unter das Level auf ganz genau 32,17 Euro. Und danach ist der Aktie nach einer längeren Seitwärtsphase übergeordnet, der Turnaround gelungen. Es gab dann hier 2011 nochmal einen Backtest in dieses Level, aber dann konnte die Aktie durchaus steigen in den Bullenmarkt und kommt jetzt wieder zurück in diesen Bereich. Und jetzt schauen wir uns mal die heutige Tageskerze an und wir sehen, dass die Bayer Aktie knapp unter das Level gedippt ist von 32,50 Euro. Und wenn man sich das hier mal rausgezoomt anschaut, dann ist das durchaus interessant. Wir haben hier genau diese Levels getroffen vom 2008er Tief. Und wenn wir uns die heutige Tageskerze anschauen, dann sehen wir auch, dass der Markt auf dieses Level hier reagiert. Potenzielle Hammerkerze. Lasst uns das mal beobachten. Sie ist nämlich auch noch im Tageschart überverkauft. Wochen RSI bei 20, Tages RSI ebenfalls bei 20. Das ist definitiv keine Garantie, dass die Aktie hier nicht drunter bricht. Aber wenn den Verkäufern jetzt hier wirklich die Kraft ausgehen sollte, wenn jetzt hier kein Druck mehr drauf ist auf der Downside und dieses Level wirklich nicht brechen sollte, dann muss man durchaus mit einer Rallye rechnen zurück in den Bereich von etwa 40 Euro. Hier wäre dann die Kurslücke. Hier müsste man allerdings extrem vorsichtig werden. Wenn sie hier Widerstand findet, dann wäre nichts mehr überverkauft. Dann könnten wir von hier nochmal eine weitere Abverkaufswelle starten. Wirklich auf neue Tiefs. So richtig, wenn man möchte, in Sicherheit ist die Aktie wirklich erst, wenn sie sich die 40 Euro hier zurückholt. Das ist vor allen Dingen hier zuletzt Supporter, was durchaus vielversprechend ausgesehen hat, aber dann nochmal abgekontert wurde mit diesem Crash aktuell. Das muss hier wieder zum Support werden. Dann hätten wir hier die klassische Bärenfalle und könnten dann in Richtung höhere Kurse durchziehen. Aktuell nicht uninteressant. Ich möchte aber fast sagen, unter den heutigen Tagestiefs wollen wir nichts mit Bayer zu tun haben. Das wären hier in etwa 32,20 Euro. Ich würde sagen, Tagesschlusskurse unter 32 Euro würde ich mir bei der Aktie hier nicht mehr anschauen. Und wie gesagt, dann hat sie hier jeden Platz für eine Rallye. Das wären prozentual an die 40 Euro etwa 21 Prozent Aufwärtspotenzial. Und natürlich auch ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis, wenn man berücksichtigt, dass wir unter den heutigen Tagestiefs mit Bayer eher nichts zu tun haben. Und also schaut euch das Ganze hier durchaus jetzt auch mal kurzfristig an. Setzt euch Preissalarme mal in dem Bereich um 32 Euro, dass wir hier auf jeden Fall wachgerüttelt sind, falls die Aktie nochmal abtauchen sollte. Ich halte das hier für sehr, sehr spannend. Wird jetzt hier aber nochmal sagen, achten wir jetzt mal die nächsten ein, zwei Tage, ob sich hier wirklich ein Boden ausbilden kann. Und dann könnte man mit engem Stop bei Bayer was probieren. Und wenn dann in der Folge das Ganze nochmal runterkommt und hier möglicherweise einen Doppelboden aufbaut, haben wir sogar eine gute Chance, dass hier möglicherweise wirklich ein finaler Boden getroffen ist für Bayer. Die Aktie ist schwer unter Druck, natürlich auch in der Nachrichtenlage und das Ganze auch fundamental nicht einfach. Sie hat jetzt aber, und das kann man auch einfach nicht anders sagen, extrem überverkauft hier wirklich historischen Support getroffen. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Kommen wir zu Siemens Energy. Aktuelle Marktkapitalisierung 8,5 Milliarden Euro. Ein Kursumsatzverhältnis von 0,3 und derzeit unprofitabel. Siemens Energy schauen wir uns im Tageschart an und zwar im gesamten Chartverlauf. Die Aktie hatte 2020 den IPO, hat auch eine sehr bewegte Kurshistorien, ist übergeordnet in einem Abwärtstrend. Wir sehen es oben auch definiert an den beiden eindeutig fallenden Hochs. Wir wissen aber auch, dass Siemens Energy zuletzt neue Allzeittiefs generiert hat. Also in einem konstanten Abwärtstrend aus fallenden Hochs und fallenden Tiefs. Jetzt schauen wir uns hier den aktuellen Bereich an, die auf dem Kanal schon länger mit dabei sind. Hier gerade nochmal zum Thema Fibonacci. Und zwar, wir haben wirklich punktgenau hier das Tief auf dem Schirm gehabt bei Siemens Energy im Bereich von etwa 6,44 Euro. Und zwar kommen wir da drauf. Wir haben die Rallye abgemessen vom Oktober 2022 ans Top im Juni 2023. Und dann war es hier genau die 127er Extension, die zusammen mit einer extrem überverkauften Siemens Energy hier für den zwischenzeitlichen Boden jetzt gesorgt hat. Danach eine massive v-förmige Erholung durchaus sehr, sehr gut gelaufen. Auch seit dem Tief, was wir hier gesehen haben, von etwa 90 Prozent. Eine Rallye. Jetzt wird hier wieder gut abverkauft. Die Kerze am Dienstag hatte ein Minus von etwa 8 Prozent. Aktuell konsolidieren wir hier bärisch. Das schauen wir uns gleich noch im Vier-Stunden-Chart an. Das muss man hier auf dem Schirm haben. Und zwar hatten wir uns bei der letzten Siemens Energy-Analyse die untere Zielzone hier eingezeichnet. Die obere haben wir gar nicht ganz komplett angelaufen. Das heißt, die Aktie ist hier durchaus ein bisschen schwächer unterwegs. Jetzt sind wir aber im Bereich der unteren Zielzone hier angekommen. Und ich möchte bei Siemens Energy keine Kurse mehr sehen unter der 20-Tage-Linie unter 9,81 Euro. Sie darf noch mal dippen unter das alte Allzeittief aus dem Jahr 2022. Das wäre nicht das große Problem. Wir wissen, es ist nie die erste Preis-Action, sondern was der Markt daraus macht. Und wenn es der Markt dann schafft, die Aktie wieder drüber zu kaufen, dann hätten wir hier potenziell ein sehr, sehr schönes Setup für Siemens Energy für eine Long-Position. Was wir dauerhaft nicht mehr sehen wollen, das sind jetzt hier wirklich dann Schlusskurse unter der 20-Tage-Linie. Der darf hier wie gesagt noch mal dippen in den einstelligen Bereich. Darunter schließen wollen wir nicht mehr. Ansonsten müssen wir uns sogar noch mal mit tieferen Kursen auseinandersetzen. Darunter will ich mit Siemens Energy absolut nichts zu tun haben. Aus Trading-Sicht kann das hier allerdings extrem interessant werden. Support, du brichst auf neue Tiefs, eroberst sie zurück und dann potenziell der neue Support. Das wäre ein Spring-Back-Test und das auf einem extrem spannenden Level. Da haben wir durchaus dann viel Aufwärtspotenzial für die Aktie. Aktuell ist wichtig, dass diese Zone hier halten kann bei Siemens Energy. Und was wir wie gesagt nicht mehr sehen wollen, das wäre hier in etwa dann so eine Bewegung. Wir haben aktuell eine Bärenflagge hier. Das schauen wir uns gleich in vier Stunden schon an. Impuls, korrektiv, kein Problem. Impuls, auch kein Problem. Unter das Tief. Wichtig wäre, dass wir dann hier dieses Level kaufen, um dann drüber zu kommen. Und dann muss hier diese kleine, dreiwellige Korrektur abgeschlossen sein. Und das war dann hier der Impuls. Und dann übergeordnetes Korrektiv, neuer Impuls. Und dann geht es Richtung 15 Euro bei Siemens Energy. Was wir nicht sehen wollen, ist, wenn wir jetzt hier den ersten Impuls gesehen haben, korrektiv runter, korrektiv. Das wäre der Knockout für die Aktie. Dann sehen wir mindestens noch mal den Backtest der Allzeittiefs. Und jetzt sind wir im Vier-Stunden-Chart bei Siemens Energy. Und das schauen wir uns mal ganz genau an. Das ist jetzt praktisch hier diese letzte Preis-Action seit den Allzeittiefs. Die fantastische Rally. Dann hier diese Impuls-Kerze, die etwa 6% Downside getriggert hat am Dienstag. Und jetzt aktuell hier die Konsolidierung. Wir sind jetzt unter die 50-Tage-Linie gefallen. Auch unter den 20er-Schnitt hier im Vier-Stunden-Chart. Der hat uns zuvor auf dem Weg nach oben getragen. Also jetzt hier durchaus in einer Korrektur unterwegs Siemens Energy. Wir haben jetzt hier mal die Rally auch abgemessen. Kämpfen jetzt hier gerade mit dem 23er Fibonacci. Das sind zehn Euro und 75 Cent. Habt das ganz klar auf dem Schirm. Wenn wir die brechen sollten, dann bricht hier diese Bärenfahnen. Und dann aktivieren wir eben, wie gesagt, mindestens die Golden Zone. Also mindestens das 38er Fibonacci. Und das wäre dann hier der perfekte Backtest der 20-Tage-Linie. Das wären ganz genau etwa 10 Euro bis 9,80 Euro. Das wäre hier dieser Bereich. Und das müsste dann allerdings erster Impuls, Korrektiv, Impulsen, dreiwellige Korrektur und danach direkt wieder drüber. Dann kann sich die Rallye entsprechend fortsetzen. Und dann sehen wir meines Erachtens auch nochmal neue Hochs bei Siemens Energy. Also neue Hochs hier über diesem Level. Natürlich gemeint über den letzten Hochs hier. Und kritisch wäre jetzt hier aktuell das Korrektiv ein Impuls. Dann natürlich eine Reaktion auf der 20-Tage-Linie. Damit rechne ich definitiv. Aber dann hier bei den 10,20 Widerstand. Dann tauchen wir eben nochmal ab in diesen Bereich. Und grundsätzlich wäre das dann hier auch noch eine Kaufzone bei 8,50. Keine Frage. Aber ich muss ganz klar dazu sagen, ich möchte unter den 9,90 Euro, unter den 9,80 Euro mit der Aktie nichts zu tun haben. Wenn sie dann hier unten Support findet, dann können wir sie immer nochmal aufsammeln. Das ist kein Problem. Aber prinzipiell reden wir dann hier durchaus nochmal von Downside. Wenn wir hier den Backtest dann verkaufen würden, wenn wir nicht mehr rüberkommen über die 10,20, reden wir dann hier nochmal über 16, 17 Prozent. Und das schauen wir uns definitiv hier nicht mehr an bei Siemens Energy. Aktuell muss man hier nochmal darauf vorbereitet sein, dass sie lokal etwa Downside hat zwischen 5 und 8 Prozent. Das sollte gekauft werden. Und wie gesagt, Schlusskurse. Und vor allem, wenn wir sehen, die kommt nicht mehr über 10 Euro. Dann muss man ganz klar dazu sagen, dann würde ich hier die Reißleine ziehen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da. Das ist der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfehlt. Und abonnier auch den Kanal, das du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zu Porsche AG. Aktuelle Marktkapitalisierung 38,5 Milliarden Euro. Ein Kursumsatzverhältnis von 0,9. Ein Kursgewinnverhältnis von 15. Und eine Dividendenrendite von 1 Prozent. Die Porsche AG schauen wir uns im Tageschart an. Und zwar im gesamten Chartverlauf zurück bis zum IPO im Jahr 2022. Ganz wichtig, das ist jetzt der Autobauer Porsche, nicht die Porsche Holding. Und die Aktie hat einen interessanten Kursverlauf. Wir sehen ein Allzeithoch im Bereich um etwa 120 Euro. Und aktuell ist die Aktie an den bisherigen Allzeittiefs zu finden. Und zwar hier im Bereich von etwa 81 bis 82 Euro. Und da muss man auch ganz klar dazu sagen, diese Zone muss hier halten bei Porsche. Ansonsten haben wir zwei Zielzonen zur Downside. Die eine ist natürlich jetzt aus der letzten Rallye. Die sehen wir hier dann im Bereich zwischen 78 und etwa 75 Euro. Und die von der gesamten Chart-Historie, hier haben wir auch das Fibonacci im Chart, die ist dann deutlich tiefer hier im Bereich von 70 bis 56 Euro. Das Problem ist, dass wir hier durchaus mit scharfen Abverkäufen rechnen müssen bei Porsche, weil das dann das erste Mal ist, dass die Aktie hier wirklich Allzeittiefs generiert und dann in die sogenannte Preiserkundung geht. Die obere Zielzone, das könnte ein Fakedown sein, wenn wir wirklich sehen, dass dieses Level dann direkt gekauft wird und wir springen dann sofort wieder zurück über 82 Euro. Das wäre dann potenziell sehr interessant für Long-Positionen. Allerdings, falls wir wirklich sehen sollten, dass wir unter die 81 Euro brechen und danach vor allen Dingen so eine Preis-Action bekommen, das hier als Widerstand testen, was hier doppelt Support war, dann müssen wir uns auf die tiefe Zielzone einrichten. Und dann, wie gesagt, hat die Aktie potenziell Downside in Richtung 70 bis 56 Euro. Jetzt schauen wir uns aber die aktuelle Preis-Action an und hier ist erstaunlicherweise ein Level signifikant und zwar sind das hier in etwa 91 Euro und 10 Cent. Das ist hier eben auch wieder mit den 911 dann auch hier im Kurs. Das war der wichtige Support im Dezember 2022, bevor die Aktie dann auf Allzeittiefs laufen konnte. Allerdings sehen wir jetzt hier auch eine sehr interessante Preis-Action. Wir brechen drunter und testen hier diese Horizontallinie. Das zweite Mal schon als Widerstand. Dann sind wir hier definitiv mal vorsichtig. Ich habe die Aktie grundsätzlich auf meiner Watchlist. Ich finde das hier grundsätzlich nämlich nicht uninteressant mit dem potenziellen Triple-Boden jetzt hier auf dem Allzeithoch. Ich lasse mir jetzt aber definitiv Zeit. Wir sind jetzt auch gerade heute unter das 88er Fibonacci gebrochen, der Chart-History. Die Aktie ist heute das 4,2 Prozent jetzt im Minus zum aktuellen Zeitpunkt. Lass uns mal hier diesen Bereich auf der Watchlist behalten und ganz genau beobachten. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, ob ihr an Porsche Interesse habt, ob wir das mal hier in Zukunft verfolgen sollen. Wenn sich hier ein Boden ausbauen sollte, dann finde ich das durchaus interessant. Richtig bullish. Hier dann potenziell für Tippkäufe und richtig bullish wird die Aktie allerdings dann erst, wenn wir hier diesen Bereich von 91 Euro zurückerobern, dann durchaus Aufwärtspotenzial auch wieder Richtung 100 Euro. Potenziell mehr wichtig ist, wir wollen sie nicht auf neuen Allzeittiefs sehen. Warum? Habe ich euch gerade gesagt, was hier noch erträglich wäre, wäre ein Dip auf die Allzeittiefs, Verzeihung, natürlich auf neuen Allzeittiefs sehen hier in dem Bereich um 78 Euro. Wenn wir das sofort zurückkaufen, das wäre grundsätzlich interessant. Extrem kritisch wäre, wenn wir die alten Allzeittiefs dann als Widerstand bestätigen. Das wäre hochkritisch und dann hätte die Aktie eben wie gesagt Downside-Potenzial. in die Zielzone. Porsche bleibt sehr weit oben auf der Watchlist und ich bin sehr gespannt, ob sie erstens mal noch zu einem Backtest kommt, der Allzeittiefs und ob diese Allzeittiefs dann halten können. Wenn wir hier mal einen MACD schauen, da sehen wir jetzt hier vom neutralen Bereich gerade wieder ein frisches Verkaufssignal. Auch das erste Mal jetzt negatives Momentum seit Anfang November, eben seit hier diese Rally-Fahrt aufgenommen hat. Die Aktie ist ja zuletzt gestiegen um etwa 13 Prozent und das hat jetzt auch zur Folge, dass Porsche hier aktuell nicht mehr überverkauft ist. Wie gesagt, es wird extrem spannend, ob es hier zum Test kommt, der Allzeittiefs und ob diese dann halten können. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonniere auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.